Hallo zusammen, Thomas hier. Heute geht eine Ära zu Ende. Für mich und vielleicht für euch auch. RAW TV stellt mit sofortiger Wirkung den Betrieb ein. Und es geht weiter mit Thomas. Ich habe vor wenigen Tagen, einige von euch werden es schon gemerkt haben, euch wird es optisch auch aufgefallen sein, ich habe meinen Kanal, wie man so neu deutsch sagt, rebranded. Ich habe also meinem Kanal einen leicht veränderten Anstrich, insbesondere aber auch einen vollkommen neuen Namen gegeben. Für mich ist der Name nicht neu, aber für den Kanal ist der Name neu. Mein Kanal, der bis vor wenigen Tagen RAW TV hieß, heißt ab sofort nur noch Thomas. Ich habe recherchiert und ich war ganz erstaunt, dass dem alleine nur den Vornamen Thomas noch niemand auf YouTube bisher für sich benutzt hat. Man kann natürlich auch Namen nutzen, die schon von anderen genutzt werden, aber Thomas wurde bisher tatsächlich als Kanalname von niemandem benutzt. So lag das für mich nahe. Warum damals, vor jetzt inzwischen 8,5 Jahren, als ich mit YouTube angefangen habe, warum überhaupt damals RAW TV? Eigentlich ein ziemlich sperriger Name. Und für diejenigen von euch oder diejenigen von euch, die auch auf dem Kanal das Kanal Banner gesehen haben, das war jetzt nicht wirklich aussagekräftig. Mir war das lange Zeit nicht so wichtig, denn mir ging es und geht mir auch bis heute um die Inhalte. Aber warum damals die Idee RAW TV zu machen? Als ich vor 8,5 Jahren, im November vor 8,5 Jahren, mit YouTube angefangen habe, musste relativ schnell irgendwie Name her. Denn ich hatte das Problem, ich stand plötzlich vor dem Nichts. Ich hatte einen unterschriebenen Arbeitsvertrag als Geschäftsführer, um bei einem mittelständischen Unternehmen hier in Nordrhein-Westfalen anzufangen und für die das SAP Data Warehouse Thema aufzubauen. Diejenigen von euch, die sich in IT auskennen, mit SAP auskennen, wissen, worum es dabei geht. Der Arbeitsvertrag war schon monatelang beidseitig unterschrieben. Ich war mit meiner Tochter in den Ferien. Wir kamen zurück und wenige Wochen später kamen fünf Tage, bevor ich den neuen Job hätte antreten sollen, kam über deren Hausrechtsanwalt, kam gleich wieder die Kündigung. Ich habe den Grund nie erfahren. Der Geschäftsführer seinerzeit hatte nicht die Stirn, mich anzurufen und sich zu trauen, mir zu sagen, warum sie mir gekündigt haben. Das ist ein vollkommen legitimer Prozess, den die angestoßen haben. Aber das war für mich das Problem. Ich stand plötzlich vor dem Nichts. Ich hätte mich natürlich jetzt neu bei Unternehmen bewerben können. Das ist aber ein sehr, sehr zeitraubender Prozess und irgendwo muss das Geld auf Dauer ja mal herkommen. Und ich hatte während meiner vorherigen Tätigkeiten, war ja schon 20 Jahre in der IT, in der SAP-Branche tätig und habe die einige Jahre davor schon so nebenher, so semiprofessionell Fotografie betrieben. Ich habe mit Stockfotos gearbeitet. Ich habe Artikel geschrieben für Journals, für Zeitschriften. Und insbesondere habe ich auch schon einen Fotoworkshop, so am Wochenende oder am Eintagesworkshops gemacht. Oder mein Klassiker Urwald-Saberburg. Wenn ihr mal lernen wollt, wie ihr richtig gut und richtig im Wald fotografieren wollt, hier oben Infokar zum Urwald-Saberburg-Workshop. Das war so mein Mehr-Tages-Workshop. Und das habe ich natürlich alles auf Null runtergefahren, weil wenn du als Geschäftsführer bei einem Unternehmen anfängst und dabei dann noch einen komplett neuen Geschäftsbereich aufbauen willst, sollst, das machst du nicht zu 50, zu 60 Prozent. Da kannst du dich noch nebenher professionell oder semiprofessionell als Fotograf tätig sein. Also hatte ich dann schon in Vorbereitung dieser Geschäftsführertätigkeit alles auf Null an Fotografie runtergefahren. Alle Workshops gestrichen, Null. Und dann plötzlich hast du das runtergefahren. Aber das, wofür du es runtergefahren hast, den neuen Job, der ist auch nicht mehr da. Plötzlich fehlt dir Geld. Du kannst kein Geld mehr einnehmen. Und weil ich damals noch nicht auf YouTube war und damit auch eigentlich sehr unbekannt, wäre es jetzt wahnsinnig schwierig gewesen, ohne YouTube überhaupt wieder Reichweite zu bekommen. Wie kommst du dann an Leute, die mitkriegen, dass sie bei dir Fotoworkshops, Fotoreisen buchen können und gemeinsam mit dir klasse fotografieren gehen können? Das war damals der Anfang, mit YouTube anzufangen. Zumindest damals, vor gut 8,5 Jahren, war aus meiner Sicht, und es hat auch funktioniert, für mich YouTube der bestmögliche Direkt-Marketing-Kanal, in dem ich mich vor die Kamera setze, so wie ihr das von mir kennt, und euch hoffentlich meistens sinnvolles Zeug erzähle und euch dabei helfe, fotografisch besser zu werden. Natürlich geht es auf YouTube sehr eingeschränkt. Das Beste ist immer, sich tagelang oder mehrere Tage mit mir auf einer Fotoreise, auf einem Fotoworkshop intensiv mit Fotografie auseinanderzusetzen. Dann lernt man richtig was. Diese Informationshäppchen sind nicht schlecht, aber wenn ihr richtig Fotografie lernen wollt, dann kommt mit mir auf einen Fotoworkshop. So, und das war damals der Ansatzpunkt. Mich kannte keiner, also musste ich mich irgendwie bekannt machen. Und ich hatte schon vorher die RAW Academy gegründet, und bei der RAW Academy geht es unverändert schwerpunktmäßig um Bildbearbeitung. Und damit habe ich auch angefangen auf YouTube. Die ersten, halt das erste halbe, dreiviertel Jahr in etwa, ich habe jetzt nicht mehr selber nachrecherchiert, die alten YouTube-Videos von mir, da geht es im Wesentlichen um Adobe Lightroom. Das war die Software, die ich damals schon sehr gut konnte. Also habe ich mit etwas angefangen, was ich kann. Und habe dann angefangen, euch Lightroom-Funktionen zu erklären. Was könnt ihr mit Lightroom machen? Wie funktioniert es? Und ähnliche Dinge. Und da lag dann da, in Verbindung mit der RAW Academy auch etwas, den YouTube-Kanal so zu benennen, dass er zu den Inhalten auch der RAW Academy passt. Also, RAW Academy wurde dann für YouTube zu RAW TV. RAW ist klar, war damals eine Idee von einem Freund. RAW aus dem RAW-Format, die Akademie so zu benennen. Und dann eben folgerichtig aus der RAW Academy für YouTube RAW TV Fernsehen zu machen. Das stimmt aber in dieser Form, das wisst ihr selber, wenn ihr meinen Kanal regelmäßig verfolgt, schon sehr lange nicht mehr. Natürlich mache ich nach wie vor Bildbearbeitungsthemen auf YouTube, aber eben schon lange nicht mehr nur. Mir geht es generell darum, dass ihr bei mir etwas lernt. Rund um das Thema Fotografie. So fundiert es irgendwie möglich ist und so gut, dass ihr es auch vollständig pro Video verstehen könnt. Es gibt ja immer wieder so Kommentare, das hätte man in 45 Sekunden erklären können. Mir geht es immer darum, den Gesamtzusammenhang darzustellen. Warum ist etwas so? Warum ist etwas so nicht? Und was kann man besser machen? Wie kann man es tun? Und nicht einfach, kann man so und so machen? Sondern der Zusammenhang ist wichtig. Ich habe sicherlich immer schon so diese Erklärbär-Eigenschaft an mir. Ich habe immer schon gerne Wissen vermittelt. Bevor ich mit der SAP angefangen habe, war ich an der Uni, habe auch Vorlesungen gehalten, habe Seminare konzipiert und auch gemacht, ausgeführt. Ich hatte immer schon so ein gewisses Sendungsbewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes und wollte immer schon Inhalte vermitteln. Und das ist bei der Fotografie im Grunde ja nicht anders. Mir geht es darum, euch Inhalte zu vermitteln, weil aber diese Inhalte eben nicht mehr nur Bildbearbeitung sind, sondern das gesamte oder ein großes Spektrum dessen, was mit Fotografie zu tun hat, insbesondere auch wie ihr da hinkommt, bessere, gute Bilder zu machen, auch von der Bildkomposition, vom Bildaufbau, hat das eben nicht mehr nur mit der RAW-Academy zu tun. Und deswegen habe ich mich schon lange mit dem Gedanken getragen, den Kanal umzubenennen. Wie das so ist, dann kommt immer wieder was dazwischen, dass man sich mal ein bisschen Ruhe gönnt und sich mal überlegt, wie nenne ich ihn denn jetzt und wie kann ich es verändern und ähnliche Dinge. Und das war eben jetzt der Fall. Und dann habe ich mir überlegt, was für einen Namen kann ich nehmen. Die meisten oder viele Kollegen, da heißt der Kanal so, wie sie mit vollständigem Namen heißen. Vorname, Nachname. Da aber der Vorname das Entscheidende ist, in unserer Kommunikation, wenn wir auf Fotoworkshops, Fotoreisen sind, wir duzen uns, da sagt keiner Thomas Hinze zu mir, sondern da bin ich eben Thomas. So wie ich für euch hier auch Thomas bin. Hallo zusammen, Thomas hier. Und dementsprechend fand ich es logisch, den Kanal von RAW TV einfach in Thomas umzubenennen. Und da sind wir nun. Es wird sich inhaltlich grundsätzlich zu dem bisherigen nichts Wesentliches ändern. Wenn ihr euch etwas wünscht, immer her mit den Kommentaren, schreibt mir E-Mails, dann versuche ich das gerne einzubauen. So es denn, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ist natürlich auch für alle anderen interessant. Das kriege ich immer wieder Themenvorschläge, für die ich grundsätzlich jederzeit dankbar bin. Immer wieder Themenvorschläge, doch das eine oder andere so zu machen. Das Problem ist natürlich, natürlich muss man auf YouTube hier eine gewisse Reichweite erzielen. Es gibt einfach solche Nischenthemen, das gucken sich dann 1000, 1500 Leute an. Und hinter so einem YouTube-Video steckt zumindest bei mir durchaus relativ viel Aufwand. Ich setze mich nicht eben mal vor die Kamera und erzähle mir eben schnell ein bisschen was, sondern gerade auch bei den Themen, wo ihr was bei mir lernen könnt, wo ich gerne möchte, dass ihr was lernen könnt. Die sind geskriptet, die sind gut vorbereitet, so gut es mir eben möglich ist. Da habe ich eine Stichwortliste, die ich mir sehr gut überlegt habe, auch in der Reihenfolge, da ist ein roter Faden drin. Und all das braucht relativ viel Vorbereitung. Und wenn man dann zwischen 6 und 8 Stunden im Ganzen für so ein YouTube-Video braucht, von der Vorbereitung bis es geschnitten und auf YouTube hochgeladen ist, mit dem Thumbnail, da muss ich mir dann tatsächlich überlegen, mache ich das wirklich nur für 1500 Leute, die sich das angucken, oder für 5 bis 10 oder 15.000. Und insofern bitte für Verständnis, meine Bitte um Verständnis, wenn der eine oder andere Vorschlag eben nicht Eingang findet in meine YouTube-Videos. Dennoch, wenn euch was auf den Nägeln brennt, wann ihr was Wichtiges wissen wollt, schreibt mir das. Und ich versuche immer ein interessantes, auch für die anderen, YouTube-Video zu machen, damit ihr etwas lernt. Denn darum geht es mir unverändert. Ich möchte, was auch immer mit Fotografie zu tun hat, dass das, was ich euch erzähle, dass ihr dabei idealerweise etwas lernen könnt. Und im Idealfall auch selber ausprobiert. Also nicht einfach nur abgucken, sondern probiert es selber aus. Und genau dadurch werdet ihr fotografisch besser. Und das eben ab sofort, nicht mehr unter RAW TV, sondern unter Thomas. Und das, was auch immer mit Fotografie zu machen.